Warum kämpfst du eigentlich immer mit der Schottie? Hast du nicht irgendeine Granatenhatsch oder so? Nein, sch- Jo Leute, willkommen bei Battlefield Hardline mit dem scheiß Lappen, Markus und Sven. Und das ist jetzt die 10. Aufnahmeversuch. Jojo! Und ja, jetzt hat's geklappt. Gut. Wir spielen Hotwire auf Downtown! Ja, und kein Gegner, oder? Hä? Das lachst du, ich wurde gerade von abgeballert von einem scheiß Helikopter und mich an Polizeiautos und Explosionen und so. Kein Lkw fahren? Aber keine Gegner. Und denken an Musikfutter, ne? Die ist schon aus. Die ist doch was. Warum kann ich kein Lkw fahren? Ich will Lkw fahren. Oh, auch, 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 ich meine Lkw explodiert jetzt. Und ein bisschen Lappen. Ich wurde befördert! Und keine Mucke läuft's. Gehen nicht an kannst. Ja, jetzt fahren wir erstmal ein geiles Auto. Ufa Junge! Kann man auch die Ansicht irgendwie ändern, dein Auto? Ja, C. Ja, so ist besser. Jetzt ist einfach der Tag explodiert. Einfach so YOLO und der angeblich hat mich ein Helikopter weggeholt. Kannst du hol mir rein? Nein, ich fahre bei Futur. Juhu, fahrst mit mir Auto. Gefährlich. Oh, Drew. Ich bin tot! Ich bin tot! Albert, ôl! Du bist tot! Außer Futur, alter Futur. Oh, oh, das explodiert jetzt auch weg ja! Ich bin tot. Ja, aber dein Auto hat überliebt. Ja klar, das ist, das ist ein Panzer anscheinens. Das ist ein Panzer, ich bin tot! Fazit, kannst du gegen alles fahren, und dann bek Sei es ent sind kaputt! Hier fährt nur noch ein scheiß Auto! Ach! warum tun wir nicht die punkte capturen das sind autos da muss einsteigen und fahren das hier nennt sich hotwire damit musst du dein auto geht und gas geben ja das ist dass die einzige möglichkeit ist einzunehmen was gewinnen ach so zu easy to easy ich reihe bis zum marsch er hat mir den helikopter oder jemand mit raketenwerfer das immer mit sich hier gesagt man es sei es gibt keine raketen es gibt dann auch die glaube ich meine wasser hat das wird und weg dieser hat das bringt mich irgendwo gut das hätte b doch habe ihn also das war der lkw davor db ja mann ihr lappen der ist schon voll und auch voll achtung ja ja ich habe sie hier ok weg 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 ach so kalt ja ich habe gelegt er war ja komm hoch jetzt schon tot jetzt hat der c4 vorne dran kleber war hat mich überfahren irgendwie braucht leben dann hol dir den überlebt wir das ganze bildschirm rot überlebt oder stirbt vielleicht sollte ich jetzt dann doch wieder inschi machen wenn wir irgendwelche coolen runden haben wollen weil das geht mit inschi eindeutig besser dass mich das holen auto gekappt und dann ab hier werkzeug und m70 damit kann man leben und dann gehen wir mal die elektrische fahrzeuge natürlich im rat machen wir die noob launcher herr ist sehr langweilig glatten lauter ja das ist das sind das sexe spiel ist mit granaten leute die fahrzeuge zu stellen weil sonst wird zu schwer wo seid ihr eigentlich doch ich bin im helikopter das ist langweilig ich kümmer das auto er hat hier ein abc am gebäude entlang ja aber die per die vegan ja über die sie bei ehe weil das wird uns gar weg gedauert das ist der lkw auch im fahrzeug wenn da buchstabe drüber steht tanke oh fuck ich kann kein auto fahren ja das ist der lkw auch im fahrer schießen und dann war gar kein fahrer mehr drin ist bitter ne ja das ist echt bitter ich krieg den scheiß e-typen nicht ich versuche den schon die ganze zeit zu kriegen ich habe einfach kein fahrzeug das scheiße ich habe das fahrzeug getroffen und über 50 prozent gedamaged gibt es auch hier team schaden wow da habe ich an anderen leute mich getötet habe das fahrzeug nicht zerstört wow motorrad cooles sache so jetzt kommen keine autos mehr doch da kommt kommt es aber zu zerstören erledigt das war ja ja und als davor der e kommt wo ist sie kommt nicht weggefahren aber er war da hat war ja tag da und hilfe ich habe es geschafft als hilfe guter kannst du lieber irgendwo hier und der belege ich habe kein demo doch du bist versorger der russer in der d-d-d-d-d-d-d-d-d die schweizenden hier ist es kill da da kommt wieder die akkulierende und Prozent und Motorrad als wieder weg oder weil die autofahrt ja kommen wir da mit einem scheiß dinger ja hier und deshalb wo er direkt vor mir dann bringt sehr oh fuck wie kann ich mich aus dem fenster lehnen äh j y y ich habe es alles schon umgestellt auf weite belegung ich weiß die standard nicht ja das ist nicht wie unsere ja aber die grafik gefällt mir ja wir auch da vor der A und du hast mich irgendwie gerade hatten da und schau oder so Mann das mit nur bist du ich bin da am Leben du bist da was gar nicht dafür hä der ist mit der Shotgun getötete Foto ja der Schubfutter das ganze Auto mit der Shotgun weggeholt das ist das ist logisch du kannst mit dem Auto gegen alles fahren aber eine Shotgun macht's kaputt ja und ich bin dort ja das war eine Granatlauncher ja wir haben gut aufgerollt ob ihr Helikopter und dann sehen ihre Autos zu stellen Pisser boah für wie lange muss man da warten muss wahrscheinlich bei Hotwire muss man ein wenig länger warten hab ihn und auch nicht Y Y nun kann ich nicht auch raus hier brennt ja der Futter hat ein Auto aufgegeben dafür habe ich jetzt A zerstört wird jetzt B Herr B kommt ja schon ja ich habe B getroffen einfach drauf Kaffee hast du da Noob mit der Rakete ne mit der M79 scheiße aber du brennt der Helio hängt jetzt unter der Brücke fest Klasse A kommt auf uns zu Kaffee oder Pisser auf der Straße hab ihn leg er wo du fick dich ey ich kann mich da oben eine Brücke du wurdest befördert Rang 5 ja 29 was dann du hast du sollst einen echten Hobby zulegen echt irgendwie das ist eine beta über ein paar Tage die muss man ausnutzen ja aber das spiel du spielst du doch erst ein paar stunden schon 29 seit gestern scheiß sucht die keine Arbeit ne gestern Nachmittag oh yes ich hab wieder ein Jimmy Kill so macht man das C kommt auf dich zu Markus andere Richtung ja der Markus ich sprang gleich bei dir und da unterstütze ich dich Meiner ich hab dich unterstützt ich auch Wolf gewonnen Bisschen so wird gespielt der 8 zu 5 Teil 5 5 6 naja dafür dass ich ewig gewartet habe und ging es noch ok Rang 42 ihr seid doch verdammte Suchtis ich bin gleich 30 wie verdammten Suchtis ich bin mit meiner Limousine du musst es ausnutzen ey Markus ich bin mit meiner Limousine jetzt das Service Start 3 mit der Limousine ffff ffff what the fack ich gehe scheinbar den Blick ziemlich ab ich bin für ich fliege helikopter was müssen wir jetzt oder ausgleiche das geht aus dem foto nach bei den oberen den sektor geht den oberen rennwagen die obere interceptor motorrad genannten der motorrad ja und ich war es nein du kannst kein motorrad von dass mich fahren da wir über dem jetzt hier gut einsteigen wurde er weil er es c punkt auto auch in deutschland durch jetzt ist gott was für ein noob schämst du dich nicht und das in der aufnahme du wurdest befördert 30 da ist okay holi holi ja ich war doch schon hinterher wo ist es auch dabei die oder dora ja dann halt drauf das war ehe markus einsteigen du hast hoffentlich referatur denkst du dabei das klug dora wird gleich übernommen von uns wachst du wachst schon wieder befördert hang 6 der helikopter hinter uns packen aber wir sind ja immer noch e und so da ja ich muss halt auch zielen warum kämpfst du eigentlich immer mit der schotty wachst du nicht irgendeine granatenlauncher oder so nein shotgun noob ist er ja shotgun noob ist er ja am arsch sind wir hol dir endlich nimm bitte ingenieur damit du einen granatwerfer dabei hast doch ein granatwerfer ist doch schwul und dann spawnen mit mir im interceptor das ist schwul beschwul mechaniker mp das kostet mich nix daneben mein freund da und mein auto ist auch da wir müssen die fahrzeuge nehmen nicht irgendwelche ich bin da gesporen wo du raus bist so ja und dann hätte es auch ausweigen müssen die 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 heli irgendwas beschießt uns war war sniper glaube ich sabotage was hat mich in der sabotage gekillt ok puto übernimmst du ja ja ich denke bei dir ich verfolgt vor teuer folgt glaube wieder hochgang abgleich zwischen habe ich das mit dem driften ratung er scheiß auf den hol dir den mann war ist besser als deiner hast du erst ausgestiegen alle was für ein idiot das fahrt er aus dem kampfgebiet raus soviel zählen dazu er hat beim drüber hüpfen wir doch egal hat wer verpasst okay ich bin mir die akkur noch gerne ich möchte ja ich habe gesehen und bei dir übernimmt sind das für eine waffe das ist gar nicht die das ist der granatler als erlaubt was ist das für ein fahrer ihr habt aber trotzdem schieft ihr habt für ihn haben so ein paar gebrauchte und sabotage er aber auch wenn es geht er ist nicht mann ich kann kann ich der herkennung der stelle wechsel auf 3 1 2 3 auch Tartel kommt Blut für ihre Städte durch die Wächter weil er sich immer der erste ist in der Wind auf der Map da hat man morgen mal Arne Putter und er hat man morgen war aber auch durch das Schöner kommen Punkte im Markt war aber man stimmt schon so zählt nicht das ist Zukunft Prozent Prozent was schlecht wo das ist was nicht alles in der der Brücke kommen wir nicht hin es ist nicht nur der Brücke mir nicht behindert er kann bloß nicht fliegen heute werden wir tun das ist das Hauptproblem weil mit dem kaputten Helikopter fliegt sich immer scheiße wir sollten doch nicht kaputt machen nach der Klinik ja wechsel auf hier und reparier bitte ich wollte gerade sagen ob du sie ausgestiegen nee ist er nicht mann das sollst du nicht wegdrehen da ist A fuck auch auswand war wir haben natürlich es hat ja immer explodiert meinen zu mir was sagen dass ich ein Lappen bin was auch wahr ist bitte ein Rezeptor jawoll Motorrad oh irgendwie ist die Brücke kaputt ja ein bisschen ich verfolge wie mach ich ähm ähm äh Sirene an mit 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 klick wo sind es denn die Lappen ich bin in C drin also die haben in den geraden gespringt deswegen ist die Brücke kaputt gegangen ja hier dein super medic ist wieder ein bord super in ski scheiße zu früh ausgestiegen dora nein oder bravo scheiß sniper markus las bravo ausschalten ist der tanker ok ich muss wieder zurück ins fahrzeug ich habe eingesperrt was ist musste sterben ja ich hab mich auch nicht gesehen ja aber ich hab dir gesagt dass er da ist aber das sind welche peter ok ich bin so gut wie tot ok ich habe überlebt dann aufwacht aber der hat die scheiße und er hat mich überfahren dann führte ich da rein jawohl ich bin drin kann ich mit einsteigen bei euch vielleicht auch noch mit einer karte los kann alle raus sondern hat für dich kein jawohl haben wir tötet drive by achte da kommt noch einer danke fuck oh ich bin auch da sniper ja ein sniper ist doch so ein scheiß sniper mann und hat der balle weg mich nicht schon ein einziger der überlegt rum rechts rum rechts rechts geradeaus jetzt war das kann ein bisschen spät das war schon hier unten ja eben ich hab doch gesehen wo du besingen sei ja rechts der fährt einfach mal aus der Branche alles bitte scheiße scheiß sniper der geht nur auf den Keks oh oh Dora fliegt in die Luft oh nein sie reparieren Dora oh nein sie reparieren Dora ja alter wer mal der Punkt ich hab einen überfahren scheiße verwirrt ich hab ihn ja scheiß sniper ne der geht mir auch im Keks das ist übelst gut das ist übelst das ist übelst das ist übelst gut ey wir teerieren das hier gerade mal wieder ja und ich stehe was du kurz vor Schloss pisser oh scheiße 3-8 mann mir nicht schlecht pass auf hier ist irgendwo wieder das fucking sniper alter gleich mal reingehen du wurdest befördert Das war's.